Montag ist Montag. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zur Höffi Show und wissen Sie, manchmal liebe ich einfach meinen Job. Das liegt zumindest an einem natürlich hier an Markus, an unserem Wohnexperten heute da. Hallo Markus. Hallo Claudia, danke für die Einladung. Und natürlich auch an diesen tollen Produkten, die ich Ihnen vorstellen darf. Und dieses Mal sitze ich im Relax Sessel Laureen und wenn Sie eine Ahnung haben, wie gemütlich dieser Sessel ist, das ist wirklich ein Traum. Markus, was bringt denn Laureen alles für Vorurteile mit? Also der Laureen Sessel, der hat einen hochwertigen langlebigen Federkern verarbeitet, hat darüber eine hochwertige Polsterung. Dann hat er 100%iges Büffelleder verarbeitet in der Sitzfläche und auch im Rücken. Der Rest ist mit hochwertigem Kunstleder verarbeitet. Und der Rücken ist auch ein Kunstleder, das heißt, wenn Sie sich Laureen zu Hause hinstellen, können Sie das überall frei im Raum machen, denn von hinten ist er genauso abgedeckt und das ist natürlich auch wirklich super. Der Sessel ist super bequem. Sag mal, ich habe mich hier so schön reingeflätzt. Ich kann ja auch hier im Schneidersitz sitzen, das ist einfach so von allen Seiten gemütlich. Was hat der denn für Maße? Der hat 51er Sitzbreite und 53er Sitztiefe, also relativ groß und für relativ große Leute perfekt. Er hat 120 Kilo Maximalgewicht, Belastbarkeit. Das sollte sogar für uns beide reichen. Das heißt, wir beide könnten uns erst draufsetzen, wenn wir ein bisschen kuscheln. Also von daher ist es... Okay, aber es gibt ja auch noch zwei richtig tolle Features und die müssen wir unseren Zuschauern auch zeigen, ne? Genau. Der hat hier eine FM-Bedienung, ich halte die mal. Zwei Knöpfe, relativ simpel gehalten. Damit kann man einmal in die Liegefläche-Position fahren. Und das Schöne daran ist, wenn Sie zu Hause einen richtig tollen Film gucken, ne? Und dann kommt auf einmal die Werbung, und das ist meistens immer total langweilig, können Sie sich einfach von Laureen ganz gemütlich nach hinten fahren lassen und die Werbung verschlafen, oder? Genau. Gute Idee. Und das Schöne daran ist, der fährt natürlich auch wieder zurück, relativ leise. Und wenn er dann in der Ausgangsposition wieder angekommen ist, hat er eine Aufstehhilfe. Das heißt, für etwas ältere Leute, die nicht mehr so leicht hochkommen, die hilft er beim Aufstehen. Ich zeig das gerade mal. Es ist super praktisch. Das heißt, Sie können einfach sitzen bleiben und Sie merken hier schon an meinen Füßen, die berühren so langsam an den Boden. Ich komme immer höher. Wir fahren jetzt mal auf, weil er würde noch weitergehen, aber dann würde Claudia auf den Boden gehen. Genau. Das heißt, er kommt wirklich so weit hoch, dass Sie ganz bequem aufstehen können. Und das ist, ja, wie du gerade gesagt hast, für ältere Leute, für Leute, die körperliche Behinderung haben oder vielleicht eine OP hinter sich haben, wirklich ein richtig toller Vorteil. Und fahr' mich mal wieder zurück. Fahr' ich jetzt mal wieder zurück in die ursprüngliche Position. Genau. So, und das absolute Mega-Highlight, das haben wir Ihnen noch gar nicht verraten. Und das ist der Preis. Und jetzt halten Sie sich fest. Der Sessel kostet normal knapp 1.000 Euro, aber in dieser Woche nur 299 Euro. 299 Euro, liebe Zuschauer, von knapp 1.000 Euro. Wenn Sie das erst mal jetzt sacken lassen müssen, da haben Sie jetzt ein paar Sekunden Zeit. Wir zeigen Ihnen noch mal alle Details vom Relax-Sessel Laureen. 299 Euro? Wow. 299 Euro. Das ist echt toll. Das ist echt toll. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück. Wie Sie sehen, wir haben gerade ein bisschen Schnick-Stack-Schnucke spielt und ich habe verloren. Deswegen darf Markus jetzt eine Runde im Sessel sitzen. Und wir möchten Ihnen gerne nochmal alle Details zusammenfassen. Dieser Sessel hat eine hochwertige Sitzfläche aus 100%igen Büffelleder. Seiten und Rücken ist hochwertiges Kunstleder. Der Rücken hat auch eine Kunstlederverarbeitung. Das heißt, er ist überall freiem Raum positionierbar. Auch aufgrund der langen Verkabelung kann man den überall hinstellen. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Das heißt, wenn meine Steckdose vielleicht nicht in der Nähe ist, kann ich ja trotzdem den Sessel positionieren. Und weißt du, wie lang das Kabel ist? Bestimmt 1,5 bis 2 Meter. Also knapp 2 Meter will ich das haben, ja. Dann haben wir eine Relax- und eine Liegefunktion. Das heißt, man kann per Knopfdruck, zwei Knöpfe, den Sessel runter und wieder rauf fahren. Und eine Aufstehhilfe, die wir eben schon gesehen haben. Genau. Und der Sessel hat natürlich ein sehr klassisches Design. Das heißt, er passt wirklich in jede Einrichtung und lässt sich da prima integrieren. Und ja, nicht zu vergessen ist der Preis natürlich echt der Knaller für 299 Euro. Statt knapp 1.000. Ja, und das nur noch die eine Woche. Also greifen Sie zu. Wie immer können Sie natürlich Laureen im stationären Handel erwerben. Oder Sie rufen einfach auf der Hotline an. Oder schauen Sie doch online bei Höfner vorbei. Und da können Sie Laureen natürlich auch bestellen und kaufen. So, und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch mal eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Ich möchte auch noch mal im Sessel sitzen. Und ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Tag. Ich freue mich auf nächste Woche. Montag ist Montag. Und wir haben wieder viele tolle Produkte für Sie. Bis dann, machen Sie es gut. Okay, tschüss. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha.